Im Namen des steirischen Volksentwerkes möchte ich euch auf das Herzlichste begrüßen. Und ich hoffe, wir können ein bisschen Gaudi und Hitz machen. Und vor allem für unseren Rucksack-Peter, weil der hat ja auch einen Runden, wenn Sie sehen. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine gute Unterhaltung. Dankeschön. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020